Meine Zeit bei Gangoluege war wahrlich meisterlich. Ich greift zu einem cineastischen Mastermind. Ich schneide Videos schneller, damit der Lucky Luke sein Cold ziehen kann. Und im Tischtennis... Dort habe ich Gangoluege nur um die Ohren gehauen. Schön wär's. Ich bin erst drei Tage da, tue alles von Grund auf Lehren und bin mir natürlich auch für Praktikantenaufgaben nicht schade. Jetzt ist es auch besser. Schocki! Fünfmal geschmolzen im Simon im Auto. Arsch! Ah! 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 Hallo zusammen, ich bin Patrick. Eigentlich bin ich beruflich ja Kommunikationschef bei grösseren Unternehmen. Ich habe mich aber entschieden, meinen letzten Job zu schmeissen und ein Jahr lang ganz etwas anderes zu machen, nämlich vier Praktika in unterschiedlichsten Bereichen, die mich persönlich interessieren. Das Erste von diesen Praktika ist jetzt hier bei Gampo schauen und entsprechend freue ich mich aufs Vloggen, Podcasten, Filmen und was auch immer da noch wird kommen.